Ich habe großen Durst! Hallo! Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss jetzt Bier trinken. Ich weiß nicht, wie scheiße egal wo ich trinke, dass ich ein bisschen trinke, dass ich Durst, egal wo. Ich auch grüß. Hallo. Ich bin Autofahrer, ich trinke auch sensualig. Und nun gleich? A große. Das ist Bier. Normal Bier. Wir schauen hier. Claudia. So schauen wir jetzt. So? Nach unten, ich weiß nicht, wo ich schaue. Schauen wir. Schauen wir. Piefkopf hören alle. Jetzt erzähl mal, Claudia, was haben wir alles gemacht. Ich habe dir Dachau gezeigt. Oben. Wir sind jetzt zwei Stunden rumgelaufen. Und meine Fuß schon kaputt. Und total müde. Ich nicht müde. Ich habe Claudia einen Biertischen. Und ich eine Apfelschorle. Natürlich, weil ich Autofahrer bin. Und da wollen wir nichts riskieren. Also weil die Autos stehen und das Fuß gehen. Oh. Wir sind drei Stunden zu Fuß unterwegs. Morgen kommt der Autos. Oh. No, no. No, no. 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 Pause machen und dann wird es spazieren. No. 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 Prost, dass die Kugel nicht verrost. Wir schauen, das liegt hier nach unten. Mmh, lecker. Das ist ein bisschen nach unten. Ich bei dir da schauen oder nicht schauen. Schauen oder nicht schauen. Du immer gucken. Das muss schauen, das ist. Moment. Schauen. Das ist Kopf. Und nicht Arsch. Das ist besser, Kopf. Das ist Claudia. Einmal nach links, einmal nach rechts. Das ist besser. Das ist Rosmarie. Und das ist Claudia. Wir drücken Bier und Apfelschon. Prost. Wir feiern große Tränenreich hier Abschied. Wir schauen, das lachen. Claudia fährt morgen nach Polen zurück. Und Rosemarie fiel traurig, viel wein. Rosemarie, was ist das für morgen? Oh, traurig, goodbye. Goodbye, Rosemarie. Goodbye, Claudia. Ich war vor ihnen. Abschied. Ich war eine die Schmerzen. Ich war ein Schmerzen. Was war kein Klauzen. Ich war ein Mensch. Wir brauchen ein Schmerzen. Es war ein Schmerzen. Wir trinken zweimal, drei, eine Jahrzehnte. Ich und die Kollegen gehen und trinken dann die ganze Zeit nicht wieder. Kleines Bier trinken meist nur eine kleine Flasche. Ich bin total erledigt. Ein bisschen Rosmarin, ich weiß nicht, schon schauen. Das ist Kopf oder kein Kopf, das ist Bauch. Scheißegal. Scheißegal. Ich habe ein polmisches Wort gelernt. Scheißegal. Das ist Bauch oder das Bier. Kein Kopf. Scheißegal. Genug zu sprechen, der Kopf nicht muss schauen. Genau. Und da sitzen wir jetzt ganz glücklich. Claudia muss noch packen. Ja, ist schon gepackt. Alles eingepackt? Ja, ist schnell. Bisschen schnell, morgen bisschen Kosmetik und alles. Du fährst um 12 Uhr, oder? Was ist 12 Uhr? Wann fährst du nach Hause um 12 Uhr morgen? Na, ich weiß nicht. Das Bus kommt morgen. Ja. Ula kommt, dass wir den Bus sprechen, wie viele Uhr morgen nicht fahren. Ich weiß nicht. Ach so. Das Bus kommt, dass wir fragen. Ach so. Wir schauen, wie viele Leute. Ja. Claudia sitzt im Platz. Eine oder zwei oder ich dreine. Alles Leute packen und fahren. Einmal sechs, einmal fünf, einmal sieben Uhr. Ich weiß nicht. Du kommst nach Polen. Ja. Nach Breslau. Nach Breslau. Nach Breslau. Wie heißt das? Dzierżoniów. Ganz langsam. Dzierżoniów. 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 Oh mein Gott ist das ein Zungen Breslau. Das ist schwierig, bo das ist. Dzierż. Dzierż. Deutschlands keine Schieff. Czy Ży. Ja. Apologin das ist Ży. Ja. A das ist vielmal Dzierżoniów. Dzierżornow. Dzier. Dzierżornow. Dzier. 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 Schauen oder nicht schauen? Ich weiß nicht. Das ist Bau, das ist Glas, das ist Fahrrad. Das ist mein Kopf, hallo. Ich soll nochmal gehen. Ich spiele die Frisur wie eine Echse. Das muss ich zweimal gehen, zusammen das Topf muss bringen, das ist super. Das Topf steht nach oben, das Kopf schaue. Ist wenn du morgen nach Hause fährst, Mann auch zu Hause? Ist dein Mann morgen auch? Geht Deutschland nach oben? Nach oben in Deutschland. Nach oben. Ganz nach oben. Das ist Holland-Granitz. 100 Mal nach oben. 60 Kilometer, das ist Holland. So weit oben? Osnabrück. Osnabrück, okay. Und wann kommt der zu dir nach Polen zurück? Kommt, ich weiß nicht, schon vier Monate oder neue Monate, bisschen. Ich weiß nicht, schon lange. Fünf Tage, drei Tage. Hör mal, du bist verheiratet. Wann siehst du deinen Mann immer? Keine Mann, das ist Papier, Mann. Normalischer Leid. Ist das ein Mann in Polen? Papier, Mann. Papier schreiben, das ist Mann. Normal, keine Männer. Keine Arbeit für mich, das ist Leute, muss alles weg, alles weg. Schade, gell? Eigentlich schade. Ich weiß nicht. Viele Leute zusammen, das ist nicht gut, das nicht passt. Aber ich weiß nicht, dass einmal schon schade, genug, drei Mal. Aber nur einmal? Ist schon leer. Scheiße. Scheiße, egal. Scheiße, egal. Ich muss nicht denken, dass ich muss. Du musst schon denken, das ist normal. Alles klar, man hat nicht denken. Das ist normal, keine, man hat keine. Man muss schauen, wie viele Minuten. Ach so. Ich muss schauen, wie viele Minuten. Oh, Scheiße, Rosmarie, Parro.